So, also es tut wieder, toll, also die haben die Schild restauriert, jetzt hier liegen vielleicht alle rum, das ist neu, alles ist gar nicht, das ist der Prado von der Isabelle, okay, 18. Jahrhundert, hier ist der Germanische Glockenturm, das ist keine Glocken, ratzend, ratze, Turm ist ratzend. Seine Mutter Falomé, das ist der Mieris, der Bücher von der Achau. Neobauerpuss, Neoklassik ist das der, Matamor, das ist der Matamor, das ist die Schule, die Schule von mich ordnen muss, das ist für mittelloser Studenten. Das ist der Nullpunkt hier in Santiago und wir sind die müden Krieger. Das ist der Nullpunkt. Das ist ein Weltkulturerbe. Gucken wir uns das Restaurations-Porticoat. Prasa, hier, Prasa de Obrador. Die Fesseln oder Krohn. Die kleine Baustelle ist gut. Römischer Totenkult ist da. Die Türme haben sie erneuert. Aber dieses Glockenzeug hängt hier alles noch rum. Das ist auch neu. Und hier bestellen sie. Das war das Efeuzeug, was sie da von der Welt gekratzt haben. Und das sieht also noch ziemlich gut. So, da ist er. Freile Domenicus Exaustus. Oh, das ist der Obrador hier. Und oben. Da wird geküsst. Das ist der Nullpunkt hier von Santiago. Da kommen sie zusammen. Das ist das Rathaus. Und dann ist das der Park Alameda. Und da ist der Operatorio von der Seite. Das ist die Rua Franca. Und da sind die Fahnen. Und da ist ein Blick über Santiago. Da geht's. Oh ja. Fantastisch. Das Riechen mit diesem Hospital. Und da sind die Schussanlagen. Da sind die Schussanlagen. Das ist die Schussanlagen. Ja, so verbieten mit der Qualität der Wehwärmung. Und den Projahrtäppen. Einige Farben, die kommen nicht so richtig zum Vorschein. Das ist der Achilles. Das ist der Achilles. Der Achilles. Der Achilles. Von dieser Seite kommt noch von der Rua Franca. Jetzt geht's zur Plata. Das ist die Silberschmiede. Die Silberschmiede. Und hier ist der Brunnenverliff. Das ist der Gnoppenturm. Der Gnoppenturm. Den haben sie auf der schönen Linie gemacht. Und jetzt mit größeren Linienaria-Warn-Lehr Nur als bei einmal mit der Haultrice. Das ist eine falsche Fassade. Die ist bloß zweieinhalb Meter tief. Aber das hab ich schon mal gehabt da. Die Porticoissante. Die Aufhebung ist schon wieder da. Vorne ist der Gloria. Der ist der Polen-Typ da, der Polen-Pumpe. Und der, was war das für einer? Ach, das war dieser abtrünnige Wiesen. Der kommt doch immer im Ding. Wie heißt denn der Deutsche da? Jetzt gibt es noch echte Kerzen. Da oben hatten sie die Pilgerstätten. Die haben da übernachtet. Und hier ist das Portal. Der Eingang hier zum... Das Ding. Hier kannst du nur umarmen. Halbkampf. 21. Juli auf Sonntag. Die Pforte hier. Der Bastelsau. Das heilige. Und das ist hier der Friedhofsplatz. Das ist ein ehemaliges Nonnenkloß da. Und das haben sie schön zugemacht, damit die nicht festfenstern konnten da. Dann haben die da keusch geliebt. Asturias. Kohle. Was rein ist das? Also... Krakat. Das ist Krakat. Das ist Krakat. Döcher. Alter von... Das französische Kloster hier. Das ist die Nordseite. Und die haben sie restauriert. Und dann fängt es schon wieder an zu gammeln da. Das geht. Ah, jetzt sind ein paar Wege hier. Da sind ein paar Studenten noch zugange. Und die jetzt Mittelpunkt von Null. Was für ein Assen von Leutemann. Da war es Respekt. Dann haben wieder die Figuren und Bettel da. Das steht Frank. Rua de Franco. Carreros. Rufas. 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 Vielen Dank.